Oh, und jetzt wieder E-Gaming LP. Ich bin Max, und es geht weiter mit Grit. Juhu! Weil ich hab grad Bock, und deswegen geht's damit weiter. Ähm, was machen wir dann zuerst? Irgendwie ist so wenig da gemacht, da hab ich ja nur Europa-Gefahr, übel. Ähm, jo, keine Ahnung, machen wir halt erst Dings, erst Japan. Warum machen wir irgendwie, hat das jetzt keinen gewissen Grund? Aber der Skyline geht mir einfach gut ab. So, das ist jetzt der Grund, deswegen mach ich das, weil der Skyline geil ist. So, und dann gucken wir mal, was halt so drin ist. Wie viel Motivation ich so mitbringen kann. Und wie viel so gemacht werden kann. Die Strecken, ich find der Asphalt hier sieht immer so nice aus. So richtig schöner Asphalt-Handy hier. Ne, die Strecken sehen wirklich cool aus, weil das halt so, äh, in den Großstädten nachts ist. Und neulich gibt's da auch Drift-Events, und das macht richtig Schlaune. Sicher, der wollte mir nur zeigen, wie das mit den Drift-Events aussieht. Alter Kerl! Meine Fresse. Der will das mal bestimmt so hinstellen, als wär das meine Schuld gewesen, oder? Ah, ich starte den Dorsch-Bass lieber nochmal hin. So, und dann fahr ich dem Supra, der nicht von der Stelle kommt, einfach nicht hinten auf. Wie wär das denn? Sind die schwarzen 300... Oh, was ist denn los? So neben der Spur bin ich jetzt gar nicht. Kann ich schon. Ähm, ich bin nur... Oh, ich freut mich grad, ob die schwarzen 350 Sets da, äh... Äh, Top-Secret sind. Also das Top-Team von Japan. Oder ob das nur... Die den nur ähnlich aussehen. Boah. Weil, äh, in dem... Den Rennen, wo ich hier in Japan gefahren hab, gestern muss das gewesen sein. Da war, ach, äh, ein 350 Sets auf der Spitze, und das war Top-Secret, den ihr Top-Team halt. Aber diesen, ach, genau so lappen wie alle anderen auch. So. Guck mal, der lässt sich sogar von dem dummen Toyota Supra abziehen. Gut, ich hab den Toyota Supra auch noch nicht. Noch nicht. Aber, äh, ich hab wenigstens ihn schon. Vor allem setz ich mich grad mit dem Supra hier ab. Gar nicht gewöhnt, dass mal jemand sich mit mir absetzt. Normalerweise kämpfe ich so lange im Mittelfeld, bis ich äscher bin, und dann mach ich das Mittelfeld zum Verfolgerteam. Oh, guck mal, der Robert hat's auf der dritten Platz geschafft. Das ist top. Oh, das war schon eine Runde. Und das ist irgendwie interessant hier auf den Strecken. Die Strecke hier hat irgendwie so einen gewissen Anreiz, den ganzen kleinen Kurven. Also mit den ganzen eckigen Kurven drum bin ich das eigentlich. Ja, okay, das klingt irgendwie, ach, ey. Mit den vielen verketteten Kurven direkt hinunter, gibt das dem Ganzen einen ganz neuen Flair. Weil man ja gar nicht dazu kommt, wirklich schnell zu fahren. Guck mal, selbst hier. Na, leck. Sorry, da hann ich lieber passiert, bevor ich mit nem Frame-Talk irgendwo hinrasche. So. Das da ist, glaub ich, die längste Gerade hier. So, dann muss ich hier schon mal runter, damit ich hier überhaupt links durchkomme. Das ist cool. Das gefällt mir grad gut. Du hast nämlich mal ne schöne Abwechslung zu den Hochgeschwindigkeitsstrecken wie Nürnboschring oder Le Mans oder Istanbul. Oh. Ja, nicht nur ich, dass die Schnelldrunde, die je auf dieser Strecke gefahren ist. Mit 49,42, wenn der Weltrekord steht. Ja. So. Aber der Skyline ist einfach cool, der macht richtig Laune, muss ich sagen. Er klebt so richtig schön hier überall dran, lässt eigentlich wenig Möglichkeiten, überholt zu gehen und kommt dann noch super vom Fleck weg. Ich hann ja auch schon 107 Kilometer auf dem. Ich glaub, das ist mein neustgefahrenes Auto dann. Abgesehen von den Autos, die ich mit, äh, mit bereits Kilometern gekauft hab, wobei die immer unrealistisch viele Kilometer haben. Weil wer hat in seinem Leben mehr wie ein Auto hier auf 40.000 Kilometer gefahren? Und das ist ja anscheinend bei allen Teams der Fall. Egal, wenn ich, äh, auf Ebay gucke, sind die Hanni immer so viele Kilometer. Aber da komm ich ja im Leben nicht dazu. Vorher nicht, dass Game mir wohl dreimal gebietet, bevor ich auf M 10.000 Kilometer hann. Naja. Aber, that's not my business. Das sieht doch gut aus. Und dann noch eine Runde. Aber, das klingt nur um achtbaren Problem. So. Hier, die rechts. Passt. Na, das hätt ich nicht so ein Gegenlenken, sondern einfach ein Triften. Gucken, wie weit ich komme. Wenn man sich die Map betrachtet, sieht die Map auch mega strange aus. Also wie die Strecke. Wenn man quasi im Kern der Map ist, der Map ist, dann sieht man alle vier Wege. Müssen wir jetzt mal drauf achten. Hier so. Drei Wege. Okay, drei Wege. Aber trotzdem. Man sieht trotzdem von ehem Fleck aus mega viel. Vor allem sind die ja nicht so lange die Runden. Mit 40 Sekunden jetzt. Oder was sagt das war 50? Wenn ich auf fünf Runden innerhalb von vier Minuten in Gefahr fascht. Aber trotzdem. Das Torren freuen wir uns um eine schöne Abwechslung. Ach, wenn ich es gerade nur ein bisschen vermisse gegen Raven West zu fahren. Im Direktvergleich. Das war einfach cooler. Das war einfach cooler. So. Genau. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wo mein... Ja, am vierten Platz mein Teamkollege. Passt doch. Ist jetzt nicht so schlecht oder nicht so gut. Weil wenn er zu gut wäre, könnte er ja auch mich besiegen. Und da wäre ich natürlich nicht so dafür. Zack. Ich habe schon alle Sponsorenausgaben gerade. Ah, der Hauptsponsor mit seinem Nicht-Schaden-Machen. Das ist schon was Cooles. Weil den kriegt er irgendwie oft noch. Ich kriege den, glaube ich, seltener wie er. Und 70.000 sind einfach 70.000. Das sollte man nicht verkennen. So. Erstmal, dass ich auf die Map klarkomme. Ist das dieselbe Map nur rückwärts? Sehe ich das richtig? Sieht irgendwie schwer so aus. Ich kann es nur nicht 100% sagen, aber ich würde fast behaupten, es ist die gleiche Map rückwärts. Ja, ist es. Oh, oh. Das hätte ich gerade fast den Bremspunkt verpasst, hätte ich auf die Map geguckt. Oh, das war ein dreckiger Much. Okay. Was heißt das jetzt, dass der Yuichi Imamura vor mir fährt? Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Aber er kennt ja überhaupt den seinen Namen. Ich will den seinen Namen nicht kennen. So, Außenlinie Drift und dann als Bestes wegbeschleunigen. Und Schüss. Das Manöver da war irgendwie mega lässig. Vor allem hatten die keine Chance, irgendwas dagegen zu machen. Weil ich mit dem Drift ums der Cover viel besser rauskam wie die und sie einfach wegbeschleunigt und kontaktfrei überholen konnte. Was ja die eigentliche Königsdisziplin ist, kontaktfrei zu überholen. Das schaffe ich ja nicht immer, das geht nicht zu, aber dafür gewinne ich wenigstens immer. So. So, jetzt ist schon nochmal Wochenende hier. Ich habe noch eine Woche, da geht es nach Hause. Ja, relativ genau eine Woche. Morgen eine Woche geht mein Zug Richtung Heimat. Ui. Ja, nichts passiert. Ja, bis dahin muss ich noch ein bisschen was machen. Ich habe noch drei Glasuren vor mir. Aber das sollte machbar sein. Das sollte ich einfach spätestens morgen anfangen zu lernen. Dann schaffe ich das auch. Und, ähm, ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Das ist eigentlich im Moment alles schön stressfrei. auch wenn ich jetzt noch nächsten Mittag gestern habe ich mega Hunger haben. So wie ich immer mega Hunger haben. Muss ich gleich mal schauen. Aber ich glaube, ich habe noch was in meiner Brotdose von der Schule. Das finde ich auch lässig, einfach was zu essen, was ich heute neun schon gemacht habe. Schön stressfrei wäre das. Boah, passt. So. So. So, das sieht doch gut aus. Jetzt bringen wir die Japaner hier immer ein bisschen ins Schleudern als Deutscher. Das sind die wohl nicht so gewöhnt, dass man von so jemandem besiegt wird. Okay, ist einer kaputt? Oder liegen einfach nur Teile auf der Straße mit dem Blech auf? Vielleicht einfach mal ein bisschen weg von der Ideal-Linie bleiben. Ich sehe keine. Ich sehe keine Blechteile. Und theoretisch sollte jetzt inzwischen das Finstas schon mal vorbei sein, was er meint. Ja, okay, das war nicht so gut. Ich meine, sie sind die ganze Zeit in der Nähe, aber das liegt auch einfach daran, dass man in den engen Kurven schlechter Zeit rausfangen kann. Aber trotzdem kleben sie nicht wirklich an mir. Okay, der Subra hat sich jetzt nochmal abgesetzt. Aber das sieht trotzdem nicht so aus, als hätte er Chancen. Das hätte auch keine Chancen darauf, den zu überholen, aber er hat auch einfach keine Chance, mich zu überholen. In meinem schönen, lila-grünen Skyline, der übrigens in den zwei Farben mega edel aussieht. Wobei die meisten Autos in der Farbkommunation gar nicht nur schlecht aussehen, finde ich. Jetzt noch eine Kurve und dann war's das. Und damit ist die Sache gegessen. Oh, dritter ist das sogar noch geworden. Top, top man. Vor allem war der zweite Chinese. Witzig. Und die Teamwettung gewonnen. Einwandfrei. Ja, aber wie gesagt, ich bin nun mal außer Konkurrenz gefahren. Es war ja einfach wieder keiner dabei. Oh, es gibt noch ein Rennen. Oh je. Ah ja, laber, laber. Dafür, dass er so ein unangenehmer Gegner ist, fahre ich trotzdem ganz schön viel alleine vorne rum. Okay. Was ist denn das jetzt? Ich habe ein 6-Frames-Standbild. Hallo? Nun hat das gerade auch noch Ton. Ich tapp mal raus und gucke mal, was abgeht. Okay. Steuerung alt entfernen. Okay, Crit ist abgeschmiert. Ich beende mal ganz... So, keine Ahnung. Sorry, was das doch gerade war. Ähm, ich hänge jetzt einfach das Rennen nochmal dran. Das kommt einem Sinnvollsten vor. Äh, Crit ist einfach abgeschmiert und ich habe es jetzt einfach neu gestartet und schneide neuer die zwei Teile einfach aneinander. Ich kann mir das nicht besser erklären. Äh, also keine bessere Alternative ausdenken. Ähm. Ja, genau. Genauso sah das doch gerade eben aus. Ne, okay, die Startreinfall gewonnen ist ein bisschen eine andere. Aber es ist auf jeden Fall dasselbe Rennen. Ähm, deswegen haben wir jetzt nicht so mega viel Verlust. Gut, okay. Ich muss halt nur ja nur dran denken, dass ich die zwei Teile zusammenschneide auf jeden Fall. Aber das sollte kein Problem sein. Wenn ich die richtig ablege, so wie ich das sonst abmache, dann... dann passt das schon. Man muss bedenkt, dass zu meinen Anfängen ich alle Videos aus vier Gigabyte Teilen zusammenschneiden muss. Ja, wird das jetzt eh mal noch klappen? Im Moment sind eigentlich alle Videos immer nur ein Teilchen. Und dann muss ich die trotzdem. Aber, ähm... Trotz... Man muss halt nicht dran denken, noch jemanden hin dran zuhigen. Also noch ne Videodatei. Acht... Acht Runden? Und ich bin schon wieder zweiten? Okay. Das ist strange. Das ist einfach strange. So, dann schauen wir uns die Sachen mal ein bisschen genau an. So, so rum. Ach, da kommt ja auch schon das Ziel hier. Hier hinten der Korre ist direkt das Ziel. Ha, wie ich schon immer so außer Konkurrenz fahre. Das ist einfach ab und an auch langweilig. Ich verstehe das nicht. Aber ich will nicht für den erhöhten Schwierigkeitsgrad auf die Rückblenden verzichten, weil ich kenne mich ja. Ich meine, ich mache immer mal Fehler zwischendurch und dafür brauche ich einfach die Rückblenden. Und ich werde jetzt auch sicher nicht auf den Grit deswegen zu spielen, weil es mir einfach zu viel Spaß ist, wie die Autos sich verhalten. Das macht dann einfach Bock. Wenn die Autos so richtig schön realistisch sich verhalten, dann macht das Rennspiel einfach viel mehr Laune. So. Noch hier, der Runde ist schon Halbzeit. Yo. Dann ist das das zweite LP-Verhältnis, wenn das das letzte Rennen ist, wovon ich aber eigentlich ausgehe. Weil ich glaube nicht, dass es ein, also mehrere Rennen gibt, die mehr wie drei Teilrennen haben. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Man muss die Sache auch irgendwann im Rahmen halten. Und ich muss mich so langsam mal zusammensparen für Euroa-Lizenz. Dass man es vielleicht mal schaffen, da Prototypen oder so zu fahren. Das wäre nämlich mega nice. Aber versprechen kann ich natürlich nichts. Ich habe jetzt eh schon mega lange in die Sponsoren hingeguckt, weil ich ja nur untenrum gefahren bin, also in der unteren Lizenz. Und die bringen eh nichts. Die bezahlen ja nichts mit ihren 3000. Kann ich mir das auch sparen. Der Preissprung in die zweite Lizenz ist dann schon enorm. Und in der dritten Lizenz sind wir ja noch gar nicht gefahren. Deswegen gibt es da auf jeden Fall noch ein bisschen was zu sehen. So sieht es aus. 29,97 Ich hoffe, dass ich in der zweiten Runde 40 Sekunden gebraucht habe. Ne, in der ersten Runde habe ich 40 Sekunden gebraucht. Das ist auf jeden Fall eine Top-Leistung. Das ist ein 10 Sekunden-Unterschied. Das ist richtig viel. Ja, man könnte damit fast mehr nicht kein Auto fahren, aber das ist glaube ich nicht der Fall. Das macht mir einfach nur mega Bock. Deswegen mache ich es. Komm schon. Ah, noch ein Notwettrekord. Sehr gut. 27,100 Sekunden unter Boden. Aber da geht noch mehr. Ich bin das aus Trackmania gewohnt, dass man an den Zeiten so lange feilen kann, bis wirklich das absolut beste Ergebnis rauskommt. Und ähm da gibt es halt mega viele Möglichkeiten. In Trackmania gab es so viele coole Sachen. Aber das kann man nicht miteinander vergleichen. Trackmania ist ein Arcade-Racer, wenn das hier eine Situation ist. Also das ist halt schon ne, grüßt der Unterschied. Okay. Aber er ist nicht unter den Top-4. Aber jetzt hatte ich gar nicht geschaut, wie schnell ich war. so passt. Ja, so passt auch. Aber ich glaube, da geht keine bessere Zeit mehr durch. Ne. Trotzdem, das war eigentlich eine gute Leistung. Solide. Dafür, dass mal vorher das Game abgeschmiert ist, weil sie dachten, ich wäre so scheiße, war das doch ganz okay. War's das jetzt damit? Bekomme ich damit Geld ausgeschüttet von meinen, äh... Also nicht nur vom Sponsor, sondern im Gesamt einfach. Ja, das sieht gut aus bei mir. Wollen wir gucken, was der NetWert so kriegt. Nur der Hauptsponsor. Ja. Ja, dann bin ich auch auf der obersten. Gut gemacht. Das Geld hast du dir verdient.